Was ist Tokenisierung? Was ist ein Token? Heute schauen wir uns diese Basics an. Aber fangen wir am Anfang an. Was ist denn eigentlich Blockchain? Blockchain ist für mich nichts anderes als ein Betriebssystem. Ein Betriebssystem, das weltweit läuft. Auf diesem Betriebssystem können kleine Programme installiert werden und diese Programme heißen Smart Contracts. Das heißt, ein Smart Contract hat einmal im ersten Schritt nichts mit einem Legal Vertrag zu tun, sondern es ist ein Computerprogramm, das auf einem Betriebssystem, nämlich der Blockchain, läuft. Das heißt, eine Blockchain ist sowas wie Windows, nur mit dem Unterschied, dass es sofort weltweit läuft und auf diesem Windows laufen unterschiedliche, zum Beispiel Office-Anwendungen, Word, Excel, PowerPoint und jedes dieser Programme heißt eben in der Welt der Blockchain eben Smart Contracts. Der Vorteil durch die Nutzung der Blockchain ist, dass wenn ich einmal ein Programm auf dieser Blockchain installiere, kann ich es nunmehr noch so weit verändern, wie ich es im Vorfeld definiert habe. Das bedeutet, dass selbst ich, der es programmiert habe, es nicht mehr verändern kann. Damit kann ich dem Code, also dem Programm vertrauen und auch darauf davor, dass niemand, der die Server betreibt, niemand, der dazwischen mit arbeitet, das Programm in einer Art und Weise manipuliert, das eben nicht so ist, wie es im Vorfeld definiert wurde. Das hat auf der einen Seite natürlich Risiken, jeder weiß, es können Fehler entstehen. Auf der anderen Seite gibt es eben hohe Sicherheit. Die Sicherheit ist, wenn ich mir diesen Programmcode anschaue und mich für gut befinde, weiß ich, dass egal wer weltweit die Server betreibt, niemand diesen Code verändern kann. Das geht sogar so weit, dass ich sterben kann als Programmierer und das Programm läuft weiter. Das heißt, es kann weiter genutzt werden und weiter verwendet werden. Deswegen heißt es auch, Code is Law. Damit nochmal wiederholend, Blockchain ist nichts anderes als ein Betriebssystem, das läuft weltweit. Auf diesem Betriebssystem laufen kleine Programme. Diese Programme heißen Smart Contracts. Was ist eigentlich ein Token? Ein Token ist nichts anderes als ein Computerprogramm, das auf der Blockchain Ethereum zum Beispiel oder auf einer Blockchain läuft. Dieser Token ist ein Register. Das heißt, der Smart Contract, dieses Computerprogramm speichert ab, wer welchen Anteil hält. Jeder geistig hält sich sein Excel vor Augen, zwei Spalten, Spalte A sagt wer, Spalte B wie viel. Wenn ich also jetzt eine Einheit übertrage, geht das Programm her, schaut, okay, habe ich überhaupt eine Einheit. Wenn ja, sagt er bei mir minus eins, bei denen du es bekommst, plus eins und schickt es ab. Und das war's. Das heißt, es ist eigentlich im Kern sehr einfach. Und durch die Einfachheit haben einfach weltweit die Leute das nutzen können. Es wurden bereits Milliarden eben über diese einfachen Computerprogramme übertragen. Das heißt noch einmal, ein Token ist nichts anderes als ein Computerprogramm, nämlich ein Smart Contract, der auf der Blockchain läuft. Was dieses Computerprogramm macht, muss ich mir jeweils im Detail anschauen. Es kann in dem Computerprogramm auch drinnen stehen, dass wenn ich übertrage, dann ein Teil immer weggenommen wird. Das heißt, umso wichtiger ist es auch, diesen Smart Contract sich im Detail anzuschauen. Es hat aber im ersten Schritt nichts mit einem Legal Vertrag zu tun. Der Legal Vertrag, also der rechtliche Vertrag ist das, was ich dann mit dem Token verbinde. Das heißt, wenn ich jetzt eine Einheit habe, mir sagt mir der rechtliche Vertrag, was denn überhaupt diese Einheit ist. Ist diese Einheit eine Immobilie? Ist diese Einheit ein Wertpapier? Ist diese Einheit ein Gutschein? Also was das ist, ist dann der rechtliche Vertrag, der damit verbunden wird. Deswegen gibt es auch das sogenannte Token-Container-Modell. Das sagt aus, dass der Token quasi ein Container ist und ich erst mit dieser Verbindung mit dem Vertrag eigentlich dann das schaffe, was das Asset eigentlich dahinter ist. Das heißt, fassen wir nochmal zusammen. Die Blockchain ist ein Betriebssystem. Auf dem Betriebssystem laufen Smart Contracts, kleine Programme. Eine Variante dieser Programme werden Token genannt. Diese Token sind nichts anderes als ein Register und speichern ab, wer welche Einheit haltet. Da dieser Code, also dieser Smart Content nicht mehr verändert werden kann und wenn das eben richtig programmiert wurde, dass nur der, der auch eine Einheit hält, übertragen kann, kann ich damit ein weltweites Register aufbauen, das sofort überall funktioniert. Und das sind die Vorteile der Tokenisierung, nämlich, dass ich es hoch standardisiert habe, digitalisiert, damit die Kosten reduziert und gleichzeitig durch die Blockchain einen Vertrauenslayer geschaffen habe, der weltweit läuft. Jetzt schauen wir uns noch einen zweiten Teil an. Was ist denn eigentlich ein, sag ich mal, ein normaler Token und zum Unterschied zu einem NFT? Beim normalen Token ist es egal, ob ich die erste, zweite, dritte oder vierte Einheit habe. So wie bei Eurom ist es egal, ob ich einen 100-Euro-Schein, einen 50-Euro-Schein oder eine 2-Euro-Minze kriege. Ich will einfach Hausnummer 150 Euro haben. Und wenn ich es übertrage und jemanden gebe, ist dem auch egal, ob jetzt den ersten 100-Euro-Schein, den zweiten 100-Euro- oder den dritten 100-Euro-Schein kriegt. Bei einem NFT ist das anders. Beim NFT geht es darum, dass ich nicht irgendeinen Token haben will, sondern jeden der Token hat eine eindeutige ID. Ich will den Token Nummer 2, 3, 10, den Token mit der Registriernummer XYZ. Das heißt, ich will einen bestimmten Token haben und auch dieser bestimmte Token wird übertragen. Und damit habe ich nichts anderes als zwei verschiedene Register. Ein Register, wo ich einfach Werte übertrage, also einen Amount, einen Betrag. Und auf der anderen Seite, wo ich immer einen eindeutigen Identify übertrage, nämlich die ID Nummer 1, 2, 3. Und jetzt, was das in der realen Welt darstellt, ist wieder die Frage des rechtlichen Vertrags. Ist jeder ID verbunden mit einem digitalen Bild? Ist jeder ID verbunden mit einem realen Bild, mit einer Immobilie? Auf der anderen Seite ist eben das mit einem Wertpapier verbunden und und und. Das ist also der rechtliche Vertrag, der damit verbunden ist. Und das hat dann auch die Auswirkungen regulatorisch, was das alles bedeutet. Damit nochmal ganz kurz auch zu überlegen, und was ich dann, wenn ich das selber aufbaue, ich muss mir zuerst überlegen, okay, was ist meine, wer ist meine Zielgruppe? Also was haben Sie für eine Erwartungshaltung? Was für ein Produkt möchte ich machen? Und dann im zweiten Schritt setze ich die Frage, was ich technologisch verwende und in welche Richtung ich hiermit gehe. Ich hoffe, damit habe ich eine gute Einführung geben können. Alle mitnehmen, Blockchain-Betriebssystem, Smart Contract, ein Computerprogramm, Token, eine Variante eines Smart Contracts, nämlich eines Computerprogramms. Und was das in der realen Welt ist, hängt vom rechtlichen Vertrag und Ausgestaltung ab. Ich wünsche viel Spaß bei der Umsetzung der eigenen Produkte und wenn Sie Fragen haben, auf www.simp.token.com bzw. gerne uns auch telefonisch kontaktieren.